Das musst du jetzt noch mal probieren, weil sonst ist das Ego gekränkt und ich glaube, dann fängt er mit Ballett an oder so aus. Mein Name ist Witterlich und ich bewege gerne Gewichte in meiner Freizeit. Hallo, ich bin Witterlich. Neuerdings bewege ich meinen Arzt aber eher dreimal die Woche zum Boxen, wenn ich zu viel Baki geschaut habe. Powerlifting habe ich somit an den Nagel gehangen. Stellt euch vor, das ist Powerlifting, das ist Nagel. Ah ja, mir fehlen noch 99.734 Abonnenten, um die 100.000 zu knacken. Deswegen abonniere mich doch einfach. Da man nicht auf allen Hochseiten gleichzeitig tanzen kann, bin ich statt fünfmal die Woche nur noch dreimal die Woche im Fitnessstudio und gehe mich mit anderen Leuten prügeln. Diesen ganzen Hybrid-Athlete-Quark-Quark-Quark-Quark mache ich schon seit einigen Monaten. Mein letztes richtiges Powerlifting-Training habe ich im Dezember 2023 beendet mit einem errechneten PR von 235 Kilogramm. Und wie viel davon noch knapp sechs Monaten übrig geblieben ist, testen wir heute. Einige Kandidaten haben die Karte vergessen. Guck mal, das ist Friedel. Heute ist der Tag der dummen Entscheidungen. Ja! Das Richtig. Das war alles an Vorbereitung, was nötig war, um sich die Bandscheiben einfach wegzuflexen. Mein Name ist in derológischen Karte. Zucker, es hat geht amy-, kartei- bau- Fertig. Der geht an... Der geht auch. Das Richtig. Der geht auch. Der geht auch. Der geht auch. Der geht auch. Es stellt sich doch alles als viel schwerer vor, als erwartet. Hört ihr dieses Piepsen auch? Das heißt, dass ich jetzt arbeiten muss. Echt? 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 Abonnieren, kommentieren euren Crushmark hier, weiter geh ich nicht, weil sonst Brandscheiben alle weg, ciao.